Also, heute haben wir eine Krankenpflegerin zu Gast. Wir sprechen heute über den Job Krankenpfleger in, weil wir haben jetzt eine weibliche Krankenpflegerin da. Sagt man das so oder wie ist deine offizielle Jobbezeichnung? Tatsächlich Gesundheits- und Krankenpflegerin, aber Kranken-Schwester ist völlig easy. Alles gut. Also gehst du damit noch d'accord? Klar, die Patienten sagen immer, Schwester können sie mal. Also alles gut. Okay, cool. Kein Thema. Magst du dich vielleicht für den Zuhörer als auch Zuschauer mal kurz vorstellen? Claro. Hi, ich bin die Julia, aka Zündkatze. Bin 35 Jahre, noch. Und bin seit knapp 16 Jahren jetzt Krankenschwester. Und davon 13 in der Akutpsychiatrie tätig. Jo. Und ansonsten Hobbys, Gamen und dies, das. Mögliche, alles Mögliche. Also. Das fand ich sehr schön, dass du Gaming und also deine Hobbys mit aufgezählt hast, weil es fühlt sich dann wie ein Poesiealbum-Eintrag an. So ein bisschen. Ja, schön, Poesiealbum mochte ich gern, aber das ist schon lange her. Wo wir von lange her sprechen, du baust mir wunderschöne Brücken. Wo wir von lange her sprechen, wie bist du denn in den Job gekommen? Ich meine, du hast ja jetzt bestimmt schon ein paar Jahre Berufserfahrung. Wie hat das denn bei dir alles so begonnen? Begonnen hat es mit meinem Fachabitur, beziehungsweise ich habe Praktika machen müssen im Krankenhaus und habe mir dann so danach gedacht, ja eigentlich schon ganz geil. Also mit den alten Menschen und helfen und so. Man hat ja da so ein Helfer-Syndrom auch wohl, wenn man diesen Job tut. Und dann habe ich gemeint, ja das muss ich tun. Und ich finde es bis heute gut, dass ich es tue. Inwiefern musstest du denn Praktika machen, weil du ja gerade am Anfang von Praktika gesprochen hast. Hast du vor deiner Berufsausbildung Praktika gemacht oder währenddessen? Nee, davor im Rahmen von meinem Fachabitur. Ich habe den sozialen Zweig gewählt und da musste ich zweimal fünf Wochen Praktikum machen im Krankenhaus eben und Kindergarten und nee, Kindergarten ganz schwierig und Krankenhaus war mega gut. Das machst du da so als fachpraktische Ausbildung vorm Fachabitur. Das ist bei uns in Bayern so geregelt. Okay. Ja. Und mehr machst du? Ja, fand ich dann sehr gut. War zwar sehr heftig auch, da war ich noch frisch 18, aber war trotzdem, einfach hat mich geprägt, glaube ich, dort der Umgang mit den Leuten und wie das alles so ist und die Sensationsgeilheit war wahrscheinlich auch mit dabei. Man hat das, wenn man den Job macht. Glaube ich. Also ich habe es. Wie definierst du denn in dem Fall jetzt Sensationsgeilheit? Die ganzen Erkrankungen, was denn da so abläuft, wie denn so ein ganzer Alltag auch mit so heftigeren Sachen so ablaufen. Das ist so mein Ding. Ich mag es gern ein bisschen, darf ich das sagen, makaber oder auch ein bisschen gröber außerhalb der Norm. Und da ist halt Krankenschwester dann doch schon gut, wenn man das gerne mag. Okay. Was musstest du denn beispielsweise in deinen Praktika so machen, dass man sich das vorstellen kann? Also was waren deine Tätigkeiten? Ja, so gut wie alles. Trotz Praktikantenstatus arbeitest du fast so wie eine examinierte, also eine ausgelernte Krankenschwester von Körperpflege über Medikamentenvergabe, helfen bei allen möglichen Dingen wie Verbänden, wie Patienten zu Untersuchungen bringen. Also du bist da voll mittendrin gleich von Anfang an. Und das hat mir so gefallen, dass du das machen kannst. Also du hast sofort, ohne Ausbildung, ohne alles gleich Verantwortung gehabt. Ja, das ist so die Schattenseite auch der Krankenpflege. Du musst machen. Du musst arbeiten. Auch als Praktikant. Okay. Ja. Und nach deinem Praktikum bist du, hast du dann dein Fachabi gemacht und bist dann in die Ausbildung rein oder hast du noch studiert? Nee, ich bin dann in die Ausbildung rein tatsächlich. Ich habe mich beworben an zwei Krankenhäusern hier in der Nähe und für eins habe ich mich dann entschieden und habe dann Ende 2006 die Ausbildung begonnen. Moment, du bist immer noch an dem selben Arbeitsplatz wie früher? Nee, ich habe gelernt in einem somatischen Krankenhaus, heißt so die normalen Krankenhäuser, die man kennt. Mhm. Und dann nach drei Jahren Ausbildung, halbes Jahr OP und ich hatte einen Autounfall, aber long story short und danach, nach diesem halben Jahr, weil ich meine Prüfung erst dann fertig machen konnte, aufgrund des Unfalls, bin ich dann sofort in die Psychiatrie und da bin ich tatsächlich seit 13 Jahren jetzt über in dem selben Betrieb. Okay. Warte mal, wir müssen mal kurz zurückrechnen, aus 35 Jahren, 13 Jahre bist du bei 22. Korrekt? Also mit knapp 22 bin ich in die Psychiatrie. Ich glaube, da wurde ich dann 23, ja. Genau. Ich werde 36 jetzt bald. Genau. Was hast du denn so in deiner Ausbildung gelernt? Also was kann man sich denn darunter vorstellen? Blut abnehmen oder Verbände anlegen? Also in welche Richtung geht das denn? Weil da ist ja bestimmt auch sehr viel Theorie dabei, oder? Theorie ist enorm viel. Du lernst Krankheitslehre. Du hast alle möglichen Operationstechniken, auch wenn es gar nicht so wichtig ist für die Ausübung jetzt meines Berufs, auch allgemein Krankenschwestern nicht. Du hast alle möglichen Umgang mit Pflegebedürftigen, von der Krankheitslehre ist alles mit dabei, von dem gebrochenen Zeh bis zum Hirntumor. Wie du sagst, Verbände, alle möglichen, die schönen, die nicht so schönen, akute Sachen. Es ist endlos. Also wenn ich dir das alles aufzähle, dann sitzen wir morgen noch. Aber du hast extrem viel Theorie und die Praxis vertiefst du halt dann, wenn du im Krankenhaus bist. Du hast Blockunterricht und danach gehst du wieder frisch ins Krankenhaus, auf irgendeine Station, die dir dann zugeteilt wird. Okay. Das heißt, du hast im Krankenhaus schon auch alles quasi mal gemacht, sozusagen. Quasi, genau. Also jegliche Station durch, von Intensivstationen über eine Notaufnahme, zum OP, Urologie, Gynäkologie, Gefäßchirurgie, alles so. Was es so gibt, musst du alles durchmachen. Okay, das ist aber auch verpflichtend, ja? Ja, Lehrplan technisch. Du solltest, du kannst so ein bisschen verhandeln, wenn dir jetzt so als Mann zum Beispiel in der Krankenpflege die Gynäkologie jetzt nicht so dein Ding ist, was ja auch okay ist, weil Frischgebärende jetzt nicht so viel Bock haben auf so einen 20-jährigen Pfleger, der da irgendwas rummacht bei dir, kannst du auch in die Urologie zum Beispiel gehen. Und Mädels können so mehr oder weniger auch auswählen, Geste jetzt Gyn oder Uro. Bei uns ist es, wir sind da ja nicht so, weiß ich nicht, es ist mir ziemlich egal, wo ich da hingekommen wäre. Also ist beides interessant gewesen. Aber Jungs, verstehe ich, scheuen sich da ein bisschen vor der Gynäkologie. Und auch die Frischgebärenden Damen haben da nicht so einen Bock eben drauf. Aber ja, da machst du Dinge, die sind halt nicht so toll. Durchaus? Durchaus, ja. Durchaus, ja? Ja. Wie lange geht dir, also wie lange ging dann deine Ausbildung? Drei Jahre. Drei Jahre. Genau. Musstest du denn was Spezielles machen oder eine Weiterbildung machen, dass du in der Psychiatrie gelandet bist? Nee, muss man nicht machen, kann man machen. Es gibt die Fachpflegeausbildung für Psychiatrie, die dauert dann nochmal zwei Jahre. Die kannst du, musst du aber nicht. Okay. Nee, ist auch jetzt nicht so lukrativ, dass du sagst, okay, ich kriege jetzt da total viel Geld dafür, wenn ich das jetzt mache. Nee, ist nicht notwendig. Hast du denn jetzt in den 13 Jahren, die du dort bist, Weiterbildung machen müssen, weil sich das, sag ich mal, die Pflege weiterentwickelt hat und du halt auch was Neues dazu lernen musstest? Also, es gibt Pflichtfortbildungen, das sind eher so die Standarddingers, so vom Brandschutz über Computer und so langweilige Dinge, die aber halt sein müssen. Ich habe vor zehn Jahren meine Praxisanleiterin gemacht, heißt, ich darf Schüler ausbilden, also Lehrlinge, die zu mir kommen. Da bin ich dann dafür verantwortlich. Das war optional und halt alle möglichen Fortbildungen für Gruppenleitung oder progressive Muskelentspannung, solche Dinge, die halt stationsintern so gemacht werden. Das kannst du machen, solltest du auch, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, im Alltag da klarzukommen bei uns, wenn du das nicht kannst. Und aus der Praxisanleitung, das war mein eigener Wunsch. Okay. Wie kam es denn da bei dir zu dem Wunsch, in die Psychiatrie zu gehen? Gar nicht eigentlich. Psychiatrie war für mich immer so ein, oh nee, in der Flug über das Kuckucksnest. Da will ich nicht hin. Das ist komisch, merkwürdig. Und eine Freundin von mir, die hat dort angefangen, mit der habe ich gelernt. Und da ich eben dieses halbe Jahr später dazugekommen bin, hat sie mir gesagt, wenn du fertig bist da und deine Prüfung dann hast, komm doch zu uns in die Psychiatrie. Da ist es toll. Ja, dachte ich mir so, Praktika hatte ich schon mal in der Psychiatrie. Und dann muss das wohl, ja, wird schon gehen. Gucke ich mir halt mal ein paar Jahre an. Und naja, jetzt sind es 13 Jahre und ich liebe es immer noch. Also ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, deswegen stelle ich sie gerade aus. Was macht denn für dich den Reiz daran aus, dass dir das 13 Jahre selbe Station Psychiatrie Spaß macht? Also 13 Jahre selbe Station stimmt nicht. Ich bin 10 Jahre und jetzt 3 Jahre, ich bin im selben Betrieb. Ich habe 10 Jahre Akutaufnahme gemacht mit Sucht und jetzt 3 Jahre auf der weiterbehandelnden Psychotherapie Station. Okay. Weil 10 Jahre geschlossene Akutaufnahme, irgendwann ist es zu viel. Irgendwann, also für mich wurde es zu viel. Weil es ist schon heftig eher, also da geht es schon ab, ziemlich. Da würde ich auch gern, wenn ich darf, eine kurze Triggerwarnung aussprechen, weil da passieren Dinge, die für manche vielleicht jetzt, nicht üblich ist es sowieso nicht, aber auch irgendwas aufwühlen könnte oder ungut sein könnte, wenn ich darüber erzähle. Deswegen möchte ich es gleich vorweg sagen, dass das schon fiese Dinge sind, die da so passieren. Ich schreibe mir das lieber gleich mal auf. Das sollten wir auf jeden Fall mit reinmachen. Okay. Also die Frage ist ja, darfst du darüber was erzählen? Ja, nein, vielleicht? Ich darf alles erzählen, solange ich keinen Namen verwende. Schweigepflicht natürlich, ganz wichtig bei uns. Nee, ich darf alles erzählen, solange ich keinen Zusammenhang herstelle. Also kannst du denn erzählen, wie du zu diesem Punkt gelangt bist, dass du gesagt hast, okay, jetzt würde ich gerne mal woanders hin? Tatsächlich ja, es waren mehrere Suizidversuche kurz hintereinander auf Station. Es waren auch mehrere gewalttätige Übergriffe auf Kollegen und ein geglückter Suizidversuch. Und da war es für mich dann soweit, wo ich sagte, nee, jetzt muss ich auf mich selber gucken und da muss ich jetzt weg. Ich muss von diesem heftigen Patientenklientel weg. Und da konnte ich dann auch für mich nicht mehr. Also weil ich gemerkt habe, wenn ich da jetzt länger bleibe, dann kann ich selbst den Schlüssel wegwerfen und für immer dort bleiben. Deshalb war der Wechsel da. Hast du denn diesbezüglich, sag ich mal, Hilfe bekommen? Also dass dir irgendwer jemand zur Seite gestellt hat, wo man mal reden konnte? Oder warst du damit alleine? Naja, eher alleine, die Kollegen untereinander, ja. Ja, aber Arbeitgeber haben es manchmal nicht so mit psychosozialer Betreuung von Mitarbeitern. Sagen wir es jetzt mal ganz so. Wenig. Also direkt, dass du da was bekommst oder so, ist leider nicht passiert. Okay. Der Satz, sie wissen, wo sie arbeiten, ist so eine Rechtfertigung dafür. Ich soll mich mal nicht so haben, nur schöner ausgedrückt, ne? Das ist aber heftig. Ja. Das ist tatsächlich, also ich kenne es von vielen Kollegen, die auch eben in der Krankenpflege sind, egal wo. Fast Usus, so wie ich es von uns hier unten kenne in Bayern, ne? Ja. Mhm. Da guckst du dann selbst. Ist das bei dir, also wie soll ich das beschreiben, ist das bei dir so Idealismus? Also, weil du sagtest ja vorhin so, Helfer-Syndrom, ist das bei dir auch so, dass du dich schlecht fühlst, wenn du den Job nicht machst? Ne, also Helfer-Syndrom würde ich mich schon so einklassifizieren, aber ich würde mich nicht schlecht fühlen, wenn ich den Job nicht machen würde. Heißt, wenn ich jetzt eine andere Möglichkeit bekommen würde oder was Lukratives rumkäme, was mir Spaß machen würde, dann würde ich den Job wahrscheinlich ohne Probleme verlassen können. Aber wenn ich dort schon bin und wenn ich dort arbeite, da kommt schon auch der Idealismus ein Stück weit dazu. Wenn ich was tue, dann tue ich es richtig und möchte es so gut wie möglich machen. Vor allem diese Leute, die ich ja als Patienten habe, sind so am Rand der Gesellschaft komplett. Also psychisch kranke Menschen kann keiner brauchen, sage ich jetzt mal ganz so überspitzt absichtlich. Und deswegen mache ich das, weil ich es, finde ich, gut kann und für die Leute gerne da bin tatsächlich. Mir schon ein Anliegen. Wie ist denn das jetzt so, dein jetziges Klima, wo du jetzt seit drei Jahren bist auf der Station? Also hat sich da für dich im Kopf was geändert? Ist was ruhiger geworden? Also was hat sich denn danach bewegt sozusagen? Also mehr Lebensqualität auf jeden Fall. Du hast viele Tage auch am Stück zu arbeiten, aber die Patienten sind selbstständiger. Die sind auch alle schon schwer krank, aber das ist eine offene Station, heißt die Patienten können raus. Du hast nicht mehr gar so viel Verantwortung. Die müssen eher selbst auf sich gucken und ihre Verantwortung eben selbst übernehmen, sagen wir mal so. Das ist schon, ja, und die Akutphasen sind um einiges leichter, sage ich mal so, also weniger Übergriffe oder so gut wie gar nicht. Also kann mal passieren, ja, aber es ist nicht vergleichbar. Therapeutisches Arbeiten ist da mehr als wie so auf der geschlossenen. Wenn du deinen Alltag in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde das aussehen? Okay, in einem Satz, okay, es wird schwierig, lass mich überlegen. Kommt noch eine Folgefrage, keine Sorge, es geht was einfach so da hoch. Wie zum Teufel soll ich das heute alles schaffen? Das ist, ja doch, wie zum Teufel soll das funktionieren? Damit habe ich gerechnet, danke. Damit habe ich gerechnet. Das ist Gesprächsführung, man kennt's. Man kennt ihn. Wenn du, also wenn du daran denkst, wie soll ich das alles schaffen, wie lange geht's dir jetzt schon so? Immer mal wieder. Immer mal wieder, okay. Tatsächlich immer mal wieder. Also es gibt Ups and Downs tatsächlich. Manchmal bist du mentally so stable, dass das völlig gut geht. Da hast du plötzlich acht Arme und drei Gehirne. Klappt, obwohl es total stressig ist. Und manchmal bist du eben nicht so, dann fällt noch ein Kollege aus. Also das ist immer tatsächlich sehr von Tag zu Tag oder Woche zu Woche unterschiedlich. Kann ich, ja. Aber die Belastung tatsächlich nimmt schon zu. Auch jetzt auf der offenen Station. Die Patienten werden kränker. Und jetzt aktuell leider gerade wieder Corona-Ausbruch auf unserer Station. Und dann ist alles doppelt schwierig. Dann musst du, ja, mehr arbeiten, mehr machen. Ist es aufwendiger. Also, hast du, du hast ja aktuell, gehe ich mal von aus, du musst ja Schutzkleidung tragen. Genau. Also auf Station, also FFP3 und Anzug wahrscheinlich? Mhm, FFP2 tatsächlich. Wir haben nur bestimmte Zimmer, aber eben komplett vermummt dann trotzdem. Ja. Wie lange, also, wie lange geht das schon so intensiv bei dir jetzt? Tatsächlich erst seit, jetzt wieder seit einer Woche. Wir hatten schon öfter, aber jetzt wieder seit einer Woche knapp. Mhm. Ja. Und schon warm, würde ich mal sagen. Ohne Klimaanlage, ohne alles, da ist es schon nicht so schön. Ihr habt ja keine Klimaanlage. Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Okay. Portable Sauna quasi. Portable Sauna mit Anzug, ja. Genau. Wie viele Stunden hast du in der Woche, die du arbeiten musst jetzt? Also eigentlich sind es ja die ganz normale 38,5-Stunden-Woche. Wie so jeder Vollzeitarbeitende, so mehr oder weniger, hat 40. Manchmal gibt es aber wir haben 38,5. Aber es ist auch schwer zu sagen, manchmal bist du dann doch eine Stunde länger, manchmal weniger, manchmal hast du 10, 11 Tage am Stück zu arbeiten. Also kann man nie genau so sagen. Am Ende kommst du manchmal so Pi mal Daumen daraus, dass du die 38,5 so hast. Manchmal in der Woche mehr, dass du da also eben mehr Stunden fährst und die andere, wenn geht, weniger. So ein Dienstplan ist eine Sache für sich. Ganz weird und schwierig und verkorkst. Der ist jede Woche anders, glaube ich, oder? Jo. Also du kriegst für einen Monat eigentlich einen, aber meiner ist schon so verkritzelt, weil da jemand ausgefallen, dort jemand krank, da einer in Quarantäne, da schmeißt sich immer viel um. Tatsächlich. Also Flexibilität ist so mein dritter Vorname. Oder muss er sein. Hast du denn jetzt, da du ja nur schon viele Jahre in der Branche unterwegs bist, hast du über die Jahre einen Wandel feststellen können? Was Arbeitspensum angeht, Mitarbeiterklima, Patienten? Ja, doch. Definitiv. Also Mitarbeiterklima ist bei uns tatsächlich echt sehr gut. So Psychiatrie oder die Kollegen untereinander, wir sind sehr eng miteinander, alle. Klar, viel Wechsel, aber jeder Neue wird bei uns gut aufgenommen. Das ist so, Usus, das gehört sich so, wenn du schon in der Klapse arbeitest, brauchst du das nicht auch noch unter den Kollegen, dass da irgendwas schiefläuft. Patienten, ja, kränker. Wie ich es vorher schon gesagt habe, die werden immer kränker. Multimorbid, sagt man auch bei uns. Mehr Krankheiten auf einmal. Also ganz viele Dinge, die du dann irgendwie so unter einen Hut kriegen musst. Das schon. Und dadurch eben erhöhte Arbeitsbelastung auch, weil das alles doch nochmal mehr Aufwand ist. Und die Zeit halt für weniger Kollegen, mehr Aufwand ist natürlich, die Rechnung geht sich halt nicht so ganz auf. Also hast du auch Kollegen verloren über die Jahre? Ja. Ja, ja. Wir haben, also jetzt nur mal kurz so zum Sehen, wir sind neun Vollzeitkräfte auf unserer Station. Insgesamt. Das ist so unser Schlüssel, was momentan da ist. Und wir sollten 13 haben. Also uns gehen vier komplette Vollzeitstellen ab. Ja. Okay. Also weil keiner sich darauf bewirbt? Oder weil, aus welchen Gründen? Also Bewerbungen kommen leider sehr wenige. Psychiatrie hat immer diesen Faden, vermeintlich Faden-Nachgeschmack, meinen immer viele, da würde ich ja nie arbeiten bei den ganzen Irren. Deswegen nicht, die haben Angst davor und manche Leute, die sich bewerben, die Katze einfach nicht einstellen. Die bräuchten selber eher einen Platz jenseits der Tür als wie im Kollegenzimmer. Und Einsparungen natürlich dann auch wieder. So einen Monat schaffen wir schon noch ohne, geht doch. Und bis wir halt dann wieder drängen, dass sie bitte mehr Leute anwerben sollen, beziehungsweise auch mal eine Stellenanzeige raushauen sollen. Und es ist alles dabei. Leider. Für wie viele Menschen bist du jetzt zuständig? Also ich bin, wenn ich im Nachtdienst bin, bin ich alleine. Da bin ich zuständig, wenn wir voll besetzt sind, für 22 Patienten. Und tagsüber, meistens sind wir zu zweit, zu dritt selten, da bin ich so für die elf Patienten quasi, wenn man es so rechnen möchte, zuständig. Das heißt, du hast im Grunde genommen gar nicht so wirklich richtig Zeit, dich um den Patienten zu kümmern? Ja, leider weniger. Also die Zeit muss ich mir tatsächlich freigraben. Geht auf der offenen Station besser, weil ich mal sagen kann, mit dem Patienten muss ich heute nicht unbedingt zu lange sprechen. Aber dann kann ich mir den anderen mal schnappen und sage jetzt, komm, mach mal ein Gespräch, mal eine halbe Stunde. Das ist schon drin. Also das geht schon irgendwie. Wie, das so, ja, klappt meistens ganz gut. Aber viel Vertrösten ist leider auch mit dabei, weil manchmal geht es eben nicht. Oder es kommen Notfälle dazwischen, dann hast du natürlich keine Zeit mehr für solche Dinge. Leider. Bist du jetzt aktuell in einem sehr großen Krankenhaus oder durchschnittlich? Nee, eher unterdurchschnittlich. Wald- und Wiesenkrankenhaus. Sehr klein. Vier Stationen plus eine Tagesklinik. Also groß ist es nicht. Wir haben Mutterhaus, das ist riesig. Das hat, glaube ich, 20 Stationen plus Kinder-Jugend-Psychiatrie, alle möglichen Ambulanzen, forensische Psychiatrie. Wir sind so eine Zweigstelle, kannst du sagen. Okay. Im Herzen Oberbayerns. Im Herzen Oberbayerns, ja. Ja. Geht es dann in der Schwarzwaldklinik, ja? Genau so. Das hört sich auch nach Schwarzwaldklinik an. Aha. Bist du denn, also weißt du denn, ob es da noch anders zugeht durch die Größe und dadurch, dass da mehr Betten drin sind quasi? Ja, doch. Da geht es nochmal anders zu. Wenn die Stationen voll sind, was leider fast immer der Fall ist, da werden Gangbetten aufgestellt. Die Leute müssen am Gang schlafen. Du hast da Notfallzugänge, da sind dann oft Kollegen krank, dann laufen die da zu zweit auf einer Akutstation rum. Da geht es schon nochmal heftiger ab als bei uns, ja. Leider. Also hast du dein, ich sage es mal in Anführungsstrichen, dein kleines weltliches Paradies? Quasi, ja. Doch. Es ist verbesserungswürdig, aber das ist im Vergleich mit manch anderen Jammern auf hohem Niveau. Das höre ich relativ häufig von Pflegepersonal. Ja, ja, wir stellen uns auch gern zurück. Wir wissen schon, es könnte anders sein, aber ich vergleiche mich nicht mehr oder auch nicht mehr mit anderen Berufen. Was willst du tun? Wir stellen uns zurück, weil das so unser Ding ist. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass dieser Berufszweig oder diese Berufsgruppe am Aussterben ist? Also es kommen schon oder es sind schon viele junge Leute, sehe ich ja bei uns, je mehr Schüler ich, also ich sage immer Schüler, das ist ein bisschen befremdlich, je mehr Lehrlinge ich bei uns habe. Wir haben schon, das ist immer eine Konstante, aber die machen häufig die Ausbildung, um danach weiterzumachen. Also ich kann den, wie soll ich sagen, eher die Älteren, die schon länger im Job sind, die gehen vielleicht, ja, dass da weniger, dass sich da ausdünnt. Das schon. Aber es kommt eigentlich genug Nachwuchs, nur wie lange dieser bleibt, ist, ja, dann dünnt es sich schon aus, dann wird es schon weniger. Hast du schon recht dann, ja. War das denn früher mal mehr oder, also denkst du, dass der Andrang immer noch gleich hoch ist? Wenn ich das jetzt so von meinem kleinen Dunstkreis hier vergleiche, es gab mehr Krankenpflegeschulen tatsächlich bei uns, die dann plötzlich nicht mehr rentabel waren. Es gab mehr Krankenhäuser bei uns, die auch nicht mehr da sind. Ja, doch, es hat sich ein bisschen mehr verlagert und gebündelt, aber es ist, glaube ich, weniger Angebot, so wie ich es wahrnehme, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Aber ich nehme es so wahr, dass es weniger Angebot gibt, für die jungen Leute diesen Job zu machen. Im Vergleich zu zehn Jahren oder so ungefähr, ja. Wenn du jetzt mal ehrlich bist, findest du, dass dieser Job attraktiv ist? Nee, nee, definitiv nicht. Also so nach außen ist der auf keinen Fall attraktiv. Das Gehalt ist okay in der Ausbildung, ich weiß nicht, wie es sich verändert hat, aber du musst das schon wollen und du musst dich da tatsächlich so ein bisschen pathetisch klingen, berufen, dazu fühlen, dass du das machen möchtest. Du musst es wirklich gerne wollen. Sonst, also, sonst macht es niemand. Also jetzt mal so, ich weiß nicht, was ich tue, soll ich in die Bank oder ins Krankenhaus? Och, gehe ich doch mal ins Krankenhaus. Das tut niemand. Das musst du wollen und attraktiv ist es nicht. Leider. Was müsste man denn theoretisch aus deiner Sicht mal ändern, damit es attraktiv ist? Tatsächlich ist, glaube ich, das Einzige, was möglich ist, ist mehr Geld, um den Anreiz zu schaffen, damit mehr Kollegen wiederkommen oder dass es mehr Kollegen gibt. Dass du dadurch eben entlasteter bist. Und dann, also ich tatsächlich, das hört sich jetzt ganz selbstlos an, ich brauche nicht unbedingt mehr Geld jetzt, was ich verdiene, aber ich hätte gern mehr Kollegen. Dass ich das tun kann, was ich möchte, dass ich auch das tun kann, was ich mal gelernt habe. Das eine hat mit dem anderen nicht sehr viel mehr zu tun. Dann würden da auch, glaube ich, junge Leute eher sagen, hey, cool, das ist ja schön. Ich arbeite gern mit Menschen oder ich mache gern was mit Menschen und dann ist das vielleicht was für mich. Aber auch die Ausstattung in Krankenhäusern ist eher schon so ein bisschen, ja, abgeranzt, würde ich es jetzt nennen. Nicht modern, die vielen, viele Kliniken sind leider nicht schön modern und da arbeitest du halt als junger oder heutzutage junger Mensch vielleicht nicht so gern, wenn die ganzen Dinge einfach nicht funktionieren. Auch allein schon Digitalisierung klappt, nee, also es ist verbesserungswürdig auf jeden Fall, ja. Okay. Also die Frage stelle ich übrigens allen, das wird sich auch nicht ändern, ob du Antworten drauf magst oder nicht, liegt ganz bei dir. Was kommt denn da so am Ende rum? Kommt ganz drauf an. Okay. Kommt ganz drauf an, also es gibt ja dieses, was immer gelobt wird in den Medien, die Pflege bekommt jetzt mehr Geld, mehr Geld. Ja, die Steuer frisst enorm, also netto mit allen meinen Zulagen nach 15 Jahren Berufserfahrung bei 5 auf die Hand. Meistens. Mit oder ohne Zuschläge? Mit Zuschlägen. Okay. Ohne Zuschlägen wären es wahrscheinlich zwei. Was ist da so enthalten in den Zuschlägen? Also du, Psychiatrie tatsächlich hast du bei uns so eine Zulage, aber wie genau, es hieß mal Gefahrenzulage, aber die gibt es nicht mehr. Dann hast du Wochenende, natürlich Samstag, Sonntag ab 21 Uhr, weil du ja Schichtdienst komplett hast und Nachtschichten, Feiertage und so weiter. Das läppert sich alles so zusammen. Dann Urlaubsgeld, glaube ich, haben wir gar nicht. Nee, gibt es nicht Überstundenzuschläge, dies, das, alles, kommst du dann. Genau. Okay. Also denkst du schon, dass das relativ solide ist? Ja, aber halt, ich bekomme das Geld auch nur, weil ich schon so lange dabei bin. Für einen Berufseinsteiger, der bekommt natürlich bei Weitem nicht so viel. Ich kann davon leben, klar. Man gewöhnt sich ja an alles, hätte ich wahrscheinlich 500 Euro weniger, würde ich damit auch auskommen, würde ich nicht wollen. Aber als Berufseinsteiger bekommst du so, mein erstes Gehalt war 1.500 Euro auf die Hand. Ausgelernt. Also, kannst du aktuell, wo wir gerade sowieso davon sprechen, habt ihr ein Überstundenkonto? Die Überstunden, es steht auf dem Dienstplan drauf, ja. Aber die werden halt dann versucht abzubauen. Abzubauen, dann sind wir von frei oder? Von frei, ja. Darf ich fragen, wie voll dein Konto ist? Gar nicht so schlimm tatsächlich. Meins ist gar nicht so voll, weil ich eine 100% Kraft bin. Es wird geschickt gemacht, du bekommst kürzere Dienste. Okay. Mehr davon, so plus minus 20 oder so. 20 plus mal 4 minus, das geht immer relativ schnell. Aber ich glaube, immer so um den Dreh rum. Och, also. Ja, es gibt Kollegen, die haben, die sind halt nicht Vollzeit. Als Nicht-Vollzeit hast du natürlich massiv Überstunden, weil die die Löcher stopfen von den Kollegen, die nicht da sind. Da gibt es schon so 100 Überstunden, 80 Überstunden, was immer mal wieder so rauf und runter gerechnet wird. Aber bei mir ist es nicht so wild, weil ich 100% arbeite. So, das ist dann aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, oder? Nehme ich an, ja. Bayern ist da sowieso anders. Also, ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die sind Vollzeit unterwegs, die gehen gegen 200 Überstunden. Ja, aber da nehme ich mich raus, da bin ich dann doch nicht so der Menschenfreund. Da sage ich auch mal nein. Das habe ich gelernt. Hast du das am Anfang auch gemacht, dass du dich da, sag ich mal, bis zu einem gewissen Punkt hingegeben hast? Klar. Klar, wie selbstverständlich diese anderen. Na klar. Da machst du alles, da gehst du, da rufen die an, oh, es ist ja krank, klar komme ich, was soll ich tun, kein Problem. Das habe ich aufgegeben schon vor ein paar Jahren. Neh. Bin zu alt für den Scheiß. Das mache ich nicht mehr. Mache ich natürlich trotzdem, aber nicht mehr in dem Rahmen. Denkst du, dass diesen Punkt jeder irgendwann mal in diesem Job erreichen wird? Ich hoffe es. Ich hoffe es, aber es gibt welche, die ihn nicht erreichen. Und denen passiert halt dann meistens nichts Schönes, sondern die werden halt dann kaputt. Da grüßt der Burnout tatsächlich. Können nicht Nein sagen. Die machen einfach dann weiter und sind dann meistens eh zu nichts mehr zu gebrauchen, weil sie einfach schon so fertig sind, aber sie kommen trotzdem. Entschuldigung, ich muss einfach diesen Witz kurz machen und ich denke, du wirst ihn auch verstehen. Magst du es eigentlich, wenn man für dich klatscht? Fand ich geil. Fand ich total geil. Ja. Ernsthaft jetzt? Fandst du das wirklich gut? Okay, Erudy. Okay, gut. Ich wollte gerade sagen, Entschuldigung. Wow, nee, da habe ich mir schon gedacht, was geht denn jetzt ab? Was ist mit den ganzen Kloppos da jetzt los? Hör auf zu klatschen. Geh auf die Straße, aber klatsch nicht. Geh du für mich auf die Straße, weil es ich nicht kann. Also, nee. Ganz schlimm. Gut, wenigstens hast du den Witz verstanden. Klar. Klar. Gut, dann bist du aber auch schon einer von mehreren Menschen, die da zugestimmt haben. Ja, also, dieses Klatschen, da standen sie alle, Utes und Holgers, auf dem Balkon und haben sich gefreut, oh, jetzt machen wir was für die Pflege. Hätte ich da, nee, am liebsten hätte ich da geklingelt bei denen und hätte gefragt, ob da irgendwie eine Karte von meiner Arbeit mitgegeben und sollen sie sich mal melden. Quatsch. Ja. Okay. Du hast mich jetzt voll aus der Bahn geworfen, weil du gar nicht so viel Überstunden hast. Ach so, hättest du jetzt gemeint, da kommt die hart 200 Überstunden. Ja, hätte ich das wirklich erwartet so. Also, ich kenne wirklich kaum Menschen, die so wenig haben aus der Pflege. Ja, weil es auf unserer Station, auf der offenen Station halt leider auch mal mit weniger Personal geht. Ja. Auf der geschlossenen war es noch, sah es noch anders aus. Da hatte ich schon meine, manchmal 50 oder so, hatte ich schon. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Weil dann bist du halt mal alleine im Dienst, ne? Springt halt dann keiner ein. Ja. Ob es gut ist oder nicht, sei dahingestellt, aber es wird halt gemacht und ja. Hast du für dich über die Jahre ein gewisses Schema zusammengebaut, womit du dich entspannen kannst und davon distanzieren kannst? Sagen wir es mal so, also distanzieren vom Job oder von den Dingen, die ich erlebe, muss ich mich tatsächlich nicht, weil jetzt ganz böse, es ist mir total egal. Die Tür geht zu und es ist mir völlig wurscht. War schon immer so. Egal was passiert, außer diese Heftigkeiten, da habe ich halt für mich die Konsequenzen angezogen, aber ich, äh, tatsächlich, ich gehe gern, jetzt geht es ja wieder gern mal weg, ich fahre gern mal weg. Ich habe schon meine Dinge, auch meine Freunde, wo ich dann viel mache und ja, geht eigentlich gut, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin da eine der wenigen, die sagen können, ja, die Tür ist zu, ist mir egal, gehe ich halt morgen wieder hin. Geht das wirklich bei dir so von jetzt auf gleich? Ja, mittlerweile oder ja eigentlich, nee, fast schon immer, also ich habe ja viele Dinge gesehen, als Krankenschwester erlebst du viel und dann redest du mal drüber und dann ist es auch wieder gut. Also ich bin da, ich nehme mir das tatsächlich nicht so zu Herzen, es ist mein Job und gut ist. Also nicht falsch verstehen, ich gehe da rein und mache alles, was ich kann, aber dann, wenn die Tür zu ist, dann denke ich mir so, ach ja, die nächste Schicht ist da. Du, nee, alles gut, also ich denke, ich denke, es muss ja diese gesunde Distanz geben, weil du sonst ja innerlich auch dich fertig machst damit, ne? Ja, da wirst du bekloppt, wenn du dann Sachen, oh Gott, und wie war das, habe ich das richtig gemacht und wie geht es denn der jetzt oder dem jetzt? Nee, ist halt so, also lernt man wahrscheinlich mit der Zeit besser damit umzugehen und so Sachen, aber ich bin da immer schon, ich habe ja auch Menschen sterben sehen und so, das ist so. Also das gehört dazu, ja, es ist so, tatsächlich ganz gefühllos, so ist es. Auch wenn sich Menschen das Leben nehmen, ist schlimm, ist tragisch, aber bei gewissen Menschen, wo du weißt, die wollen so nicht mehr leben, habe ich das zu akzeptieren, auch wenn es nicht schön ist. Aber so ist es. Es ist, wie es ist und nicht anders, ne? Das ist krass. Also war das bei dir schon so, auch als du jung warst? Ja, meinen ersten sterbenden Patienten habe ich in meinem Praktikum mit 18 gesehen, tatsächlich. Ja, war so. Ich habe einen guten Background gehabt, also das ist schon wichtig. Mir wurde erklärt, wie das so ist, warum, wieso, weshalb der jetzt gestorben ist und dann war es okay, also gehört dazu. Leben ist endlich und wenn jemand stirbt und so und so krank ist, dann ist es für mich so, wenn er sterben darf, dann, ja, ist okay. Besser, wie so weiterzuleben bei manchen, ne? Ganz pragmatisch tatsächlich, aber, ja. Ich meine, es ist ja für dich am gesündesten, könnte man ja sagen, oder? Ja, doch, ich nehme es an, aber ich bin tatsächlich einfach so. Also, ich habe mir da nie viel Gedanken drüber gemacht. Da wird schon auch in der Arbeit auch geweint, wenn du jetzt einen Patienten hast, der stirbt oder, sag ich jetzt, auch Psychiatrie-Patienten, die sterben seltener bei uns, aber die sterben und dann bist du schon traurig auch. Da wird auch mal zusammen geweint und dann ist das dann wieder okay. Es gehört halt tatsächlich dazu. Das ist halt leider ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, dass Menschen halt auch sterben, ne? Ja. Das ist korrekt, ja. Jetzt habe ich meine Folgefrage verpasst. Mist, die ist mir entglitten. Entfleucht. 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 Ah. Ja. Und sie war gut. Dann kommen sie bestimmt wieder. Ah. Hm. Darf ich denn was sagen noch, wenn dir die Frage jetzt gerade nicht einfällt? Du hast alles, was du möchtest, darfst du hier besprechen. Wirklich. Also, ich stelle ja nur Fragen, um das Gespräch am Laufen zu halten. Du kannst meinetwegen auch 45 einen Monolog führen. Oh, nee, 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 danke. Nee, ich möchte einfach nur, was mir sehr wichtig ist, was ich heute unbedingt sagen möchte. Alle Menschen, weil das ja zur Zeit auch sehr in den Medien ist und um psychische Erkrankungen und so. Jeder, der meint, der sich schlecht fühlt, der traurig ist, der irgendwie meint, was zu haben, holt euch bitte, bitte Hilfe. Geht irgendwo hin zu jemandem, der das professionell macht. Arzt, Hausarzt, Psychologe und klopft da an und sagt, ich fühle mich anders als sonst. Mir geht's nicht gut. Und dann scheut euch nicht vor der Psychiatrie. So schlimm ist sie nämlich nicht. Es gibt schlimme Stationen, aber die meisten sind nicht schlimm und wir sind alle total nett und wollen euch nur helfen. Auch wenn wir manchmal keine Zeit dazu haben. Aber wir wollen es trotzdem. Also, rein da. Wenn ihr meint, ist es notwendig. Ja, das. Das klingt auch so. Und dann rein da. Rein in den All. Nein, es ist einfach, Psychiatrie ist total stigmatisiert. Ich habe bei mir alte Omis, die sind 80 Jahre alt und die sagen halt, mein Gott, so weit hat es kommen müssen, dass ich in die Psychiatrie muss. Und dann sprichst du mit denen und dann hörst du halt daraus, dass diese armen Damen, meistens sind es Mädels, dass die halt seit 40 Jahren schwer depressiv sind. Und die gehen dann nach, manchmal nach acht Wochen bei mir, Freude strahlend aus der Tür raus und sagen, ich komme gern wieder, wenn es mir mal nicht gut geht, weil ihr habt mir so geholfen. Und das ist die Möglichkeit, finde ich, sollte jeder haben. Also, das Leben ist manchmal echt scheiße und ist gemein und tut dir was an, aber man kann damit lernen umzugehen. Man kann da was machen. Aber nicht irgendwie so Wald- und Wiesenpsychologie, sondern geh wohin, wo dir jemand hilft, der das auch wirklich professionell beruflich macht. Jetzt nicht ich, ich bin Krankenschwester, aber geh zu einem Psychologenarzt, der dir das dann nahelegt, der dir irgendwie Therapie verschreibt, irgendwas, aber macht was. Und lasst euer Leben nicht an euch vorbeiziehen. Und ach, das wird schon wieder. Häufig wird's nicht. Und dann stehst du da und guckst du doof. Oder gar nicht mehr. Schöne Worte. Mir ein Anliegen. Bitte. Das, wie gesagt, das ist völlig fein so. Im Rahmen dieses Talks können Menschen ja auch gerne sich ausschütten. Also, klar. Ja. Ich würde sogar sagen, Chad, also, da mein Fragenkatalog zu Ende ist, weil, also, ich bin nur wirklich alles durchgegangen. Ich muss aber auch gestehen, die Pflege, da kenne ich mich schon selber sehr, sehr gut aus mittlerweile. Also, wenn ihr da draußen noch Fragen habt an Julia, the stage is yours. Ansonsten darfst du auch gerne was über dich erzählen, was dir noch einfällt, was ich eventuell nicht gefragt habe, was du denkst, was cool ist. Meinetwegen erzähl mir auch von deinem Sonntag oder von deiner Woche oder was auch immer. Ja, mein Sonntag war sehr überschaubar tatsächlich. Ich habe ein Brot gebacken. Ja, wow, kein Bananenbrot. Brot gebacken und habe gezockt tatsächlich. Mehr habe ich heute nicht gemacht. Ich muss morgen wieder in Dienst, daher alles chillig. Meine Freizeit ist, dieses Wochenende war nichts los und nächstes Wochenende dann ein bisschen mehr, aber alles gechillt. Alles gut. Na gut, du musst ja auch mal abschalten, ne? Ja. Also, von daher, alles gut. Hier, die Frage, was war das Lustigste, was dir je in deinem Job passiert ist? Oh, ist es schlimm, wenn es eklig ist? Trigger-Warnung! Danke. Jetzt darfst du. Sehr gut. Also, lustig war bei mir tatsächlich sehr viel, da ich ja wirklich mit viel chronisch Kranken zu tun habe, hatte, die halt chronisch schizophren sind oder auch andere so Sachen aus dem schizophrenen Formenkreis haben. Da gibt es schon Dinge, die glaubst, also, schwierig wahrscheinlich, ob man mir das überhaupt glaubt, dann aber so. Es hat häufig leider was mit Stuhlgang zu tun. Den Humor muss man abkönnen, wenn man bei uns ist. Sorry. Wir hatten eine Patientin, die, so eine ganz kurze Vorgeschichte, die kam mit dem Flüchtlingsstrom damals 2015 zu uns. Und die wurde, was gar nicht so lustig ist, jahrelang im Keller gehalten. Die wurde in einem Kellerloch eingesperrt, wurde auch an der Kette gehalten und die blühte dann bei uns direkt richtig auf. Wir haben kein Wort mit ihr wechseln können richtig, weil sie uns nicht verstanden hat, wir sie nicht. Und eines Tages hatte sie gemeint, so einen Rappel haben zu müssen und kam aus dem Zimmer gelaufen und war von oben bis unten vollgeschmiert mit ihrem eigenen Stuhlgang. Meine Kollegen schrien, ich muss dazu leider sagen, ich bin immer die Stuhlgangsschwester, ich habe eine ziemlich hohe Schmerzgrenze, mich ekelt es da leider nicht. Also bin ich immer die Erste, die dann da ran muss. Und dann kam sie und hat in ihrer Landessprache ganz laut gebrüllt, ich bin schokoladig. Und da musste lachen, ich weiß, es ist für niemanden lustig, außer für mich und meine Kollegen, weil wenn du nicht lachst, dann weinst du. Also die stand da so vor dir, nackig, wie sie war, mit überall ihrem eigenen Gedönster und nur die Augen haben noch rausgeguckt und dann haben wir sie erstmal in die Dusche. Und dann das Zimmer mussten wir dann auch noch befreien davon, das war auch überall, aber du musst da lachen. Stuhlganghumor ist ganz groß bei uns. Ich muss darüber auch lachen. Darf ich darüber lachen? Du darfst da sehr drüber lachen. Wir mussten alle lachen, weil ja, Stuhlganggeschichten sind bei uns ganz, ganz hoch im Kurs. Naja, es ist ja auch, das ist ja bei den Patienten so, also ist das okay, wenn man darüber lacht, so, also, ich meine, hat sie irgendwann auch mitgelacht? Ach, die hat die ganze Zeit gelacht, die hatte die größte Freude damit, weil sie wusste uns ekelst davor ein bisschen auch schon eher und sie fand das klasse. Die war total happy. Die hat gemeint, sie hat jetzt da die mega, mega lustig alles und ja, wir mussten dann auch lachen. Die hat nicht nur das gemacht, sondern andere eklige Dinge, aber die sind, glaube ich, ein bisschen hier falsch. Wenn ich die so hier erzähle. Geht's so, wer ist denn das? Okay, 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 okay. Lass mal. Ja, Geschichten gibt's auch. Nee, andere Geschichten. Wir haben, ich kenne alle möglichen Zeitreisenden. Jesus hatten wir häufig, Gott war oft bei uns, Adolf Hitler. Also, diverseste berühmte Persönlichkeiten meinten, also sie meinten das zu sein. Eine war mit George Clooney verheiratet, hat sie gesagt, und hat fünf Kinder mit ihm. Hat ihn mir auch weiterempfohlen, dass sie das schon gut fänden würde, wenn ich mir den auch mal gönnen würde. Sag ich ja, toll, wann kommt das denn? Ja, der war heute schon da, hab ich leider verpasst. Also, du hast schon sehr viel witzige Dinge bei uns. Okay. Ja. Und wenn die Freude haben, da lachst du mit. Du lachst die nie aus, das ist ganz wichtig, aber da lachst du mit. Die erzählen dir die besten Geschichten. Sowas hörst du nirgendwo. Naja, gut, so hast du ja wenigstens noch ein bisschen Humor am Arbeitsplatz, ne? Ja, klar. Also, Humor ist das Wichtigste bei uns. Ganz tiefen, schwarzen, fiesen Humor, aber Humor. Ganz wichtig. Okay. Klar. Von Mestrogon. Ich weiß, momentan haben wir Corona. Was hältst du von Patienten, die mithelfen, wie Tablett raustragen oder eventuell mal mit anpacken? Ist das gut oder eher schlecht? In was? In was? Sehr wichtig. Die Leute sind ja bei uns, weil sie viele auf sich selbst nicht mehr achten können, weil sie sich immer um andere kümmern und dadurch auch krank geworden sind. Hahaha. Kommt mir bekannt vor? Nein. Aber die sollen also mithelfen in einer gewissen Weise, aber ganz, ganz wenig eher. Sollen die nicht tun. Die sollen nicht kompensieren, was bei uns nicht richtig läuft. Nee. Ist lieb gemeint und wir freuen uns auch und sagen, aber dann auch ganz lieb, aber immer auf sich selber gucken, abgrenzen und ja. Genau. Dann lieber klatschen. Ja, die Patienten, die wissen schon, wie es ist. Die klatschen auch nicht. Und wenn sie es mal gemacht haben, machen sie es jetzt nicht mehr. Okay. Von Jin8477. Hattest du schon Patienten, die psychisch rückfällig geworden sind? Nur eigentlich. Fast. Also es gibt die sogenannten Drehtürpatienten. Wir haben Patienten, die häufig wiederkommen, ja. Ja. Also sei es Suchterkrankungen, Alkohol ist ganz enorm häufig ein Rückfall. Auch Depressionen, manchmal dauert es. Aber durch das, dass ich jetzt 13 Jahre schon dort bin, ich kenne viele Patienten schon sehr lange und sehr gut. Die kommen immer wieder. Selten, dass tatsächlich einer nicht mehr kommt, ja. Ja. Leider. Aber so ist es dann, die Erkrankungen sind so ausgelegt. Jemand mit dem kaputten Herz geht auch nicht einmal in die Klinik, sondern wenn was chronisch wird, dann kommen die immer wieder. So ist das. So. Von CR1. Hat sich in der Zeit dein eigenes Bild zu deinem Beruf geändert? Hm. Ja, doch. Ich fühle mich, also ich bin Krankenschwester mit Leib und Seele tatsächlich, ja. Aber ich fühle mich schon manchmal so ein bisschen als so die Aufpasserin, Aufbewahrungstante. Und häufig auch ausgenutzt und missbraucht, was ich am Anfang des Jobs nicht so gesehen habe. Aber je mehr man blicken kann, je tiefer man reingucken kann, desto mehr verändert sich was. Aber auch damit habe ich gelernt, umzugehen tatsächlich. Es gibt Tage, da geht es besser und Tage, da geht es nicht so gut. Aber mein Beruf sollte anders sein, sollte sich anders zu gestalten wissen. Aber es ist so. Also, also, ich glaube, so der normale Wandel, je länger man in einem Beruf drin steckt, desto mehr sieht man Dinge anders und andere akzeptiert man aber dann besser als am Anfang. Würde ich jetzt so sagen. Dann von Granev. Wie viele Patienten aus dem schizophrenen Spektrum werden denn gesund und kommen nicht mehr wieder? Schwierige Frage, weil schwer kontrollierbar, aber also Schizophrenie ist nicht immer gleich Schizophrenie. Es gibt die alten Schizophrenen, sage ich immer so, die sind halt wirklich schon über 60. Das ist alt, nicht unverschämt oder despektierlich gemeint, sondern wenn du über 60 bist und jahrelang schizophren bist, bist du alt. Die kommen sehr häufig wieder, weil die einfach schon chronifiziert sind. Manche Junge, die gerade erst schizophren geworden sind oder diagnostiziert wurden, kommen auch anfangs sehr häufig, aber man kann das schwer einschätzen, da viele davon leider auch in Heime kommen. Also in sozialtherapeutische Einrichtungen und die auch deutschlandweit quasi verteilt sind. Es gibt aber auch wieder die, die tatsächlich einmal da, wenn du nie wiederkommen, aber das ist eher keine Schizophrenie. Es ist meistens halt so eine Drogenpsychose oder mal so eine einmalige Nummer. Aber leider die Tendenz Schizophrenie ist ja nicht heilbar in dem Sinn. Du kannst nur gucken, dass die Leute ein gutes Leben führen können und dass die Medikamente, die sie nehmen, gut vertragen, dass die gut kontrolliert werden, dass die auch die gute Dosis haben, ohne dass es ihnen dann mit noch schlechter geht. Aber so genau sagen, ich habe leider keine Statistik oder keine Zahlen, da kann man sich herausfinden, wie die Leute sich danach, wie es ihnen geht. Aber tatsächlich leider lebe ich, wie ich vorher schon gesagt habe, die meisten kommen wieder oder immer mal. Und ja, genau. Jin hat nochmal eine Folgefrage zu den psychisch rückfällig gewordenen gestellt. Wie gehst du mit rückfälligen Patienten um? So wie mit allen. Also rückfällige Patienten, das ist ja häufig extrem schambehaftet. Jetzt muss ich da wieder rein. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Oh nee, jetzt habe ich schon wieder getrunken. Jetzt zum Beispiel Alkoholiker. Was ich immer sage, sage ich, es ist nur schlimm, wenn du nicht kommst. Es ist schlimm, wenn du nicht kommst. Es ist schlimm, wenn du weiter trinkst. Komm lieber hin, hier hin. Und wenn du noch 15, 20 Mal kommen musst, dann ist es so. Dafür sind wir da. Und mir ist es wichtig, dass sie sich nicht schämen. Also tun sie, aber ich möchte ihnen auf keinen Fall das Gefühl geben, dass ich jetzt sauer wäre oder enttäuscht, weil sie jetzt wieder da sind. Das ist nicht mein Anspruch. Also mir ist wichtig, dass die immer kommen können und immer hier einen Platz haben, wo ihnen geholfen wird. Ja, aufnehmen, nett sein, so wie immer, wenn sie nett sind. Ich sage immer nur, sie müssen sich nur schämen, wenn sie mich beschimpfen. Ansonsten muss sich keiner schämen bei mir. Ganz wichtig. Diesen Stigma eben auch denen nehmen, die wiederkommen. Ja. Genau. Chat, ihr habt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder ihr seid ja zugekommen, ihr habt die Möglichkeit, alles zu fragen zur Krankenpflegerin slash Schwester. Schwester sage ich nicht mehr, ich sage mal Pflegepersonal. Habt ihr noch die Möglichkeit, weil wir haben jetzt gerade jemanden mit zwölf Jahren Berufserfahrung in der Abteilung für Psychiatrie. Psychiatrische Abteilung, ja, Psychiatrie. Ja. Doch, alles gut. Doch, doch, geht alles. Ich finde das so, also das ist wirklich schon so interessant. Also ich habe jetzt, ich selber habe kennengelernt, Altenheim, Intensivpflege, Krankenhaus, verhaltensgestörte Persönlichkeiten, also Jugendliche und dann auch noch verhaltensgestörte Erwachsene. Und das, also das habe ich so, die letzten sieben Jahre habe ich das immer mal mitgemacht, das ist wirklich abgefahren, was es alles gibt. Also wovon wir persönlich, also von Krankheitsbildern, wo wir überhaupt gar keine Ahnung von haben. Also sowas zum Beispiel, du hast doch bestimmt auch schon Menschen mit Zwangsstörungen gehabt, oder? Ja, klar, klar, häufig. Waschzwang, Zählzwang, Haare ausreißen, alles. Ja, ist heftig. Aber tatsächlich gut behandelbar. Aber die kommen zu mir nicht aufgrund nur dieser Erkrankung. Also da muss schon, ich bin ja Akutpsychiatrie, die gehen meistens tatsächlich in eine psychosomatische Klinik, aber meine Patienten oder viele meiner Patienten haben das leider als Begleiterkrankung, also Zwanghaftigkeiten, was ganz gemein ist. Aber da lernst du damit umzugehen und wir versuchen ihnen damit umzugehen lernen quasi. Ja, das ist verrückt. Sehr, ja. Ich war mal mit einer Dame liiert, die hat, also da waren Autisten. Ui, ja gut, das ist heftig. Autismus ist... Also was ich da, also was ich da kennengelernt habe, das hat komplett mein Weltbild verändert. Ja, autistische Patienten oder Autismus-Spektrumstörungen sind nochmal ganz was anderes. Das ist ganz krass und spannend und das sind ganz tolle Menschen. Aber die passen halt, beziehungsweise wir passen in ihre Welt nicht rein und sie in unsere nicht. Also das ist ganz, ganz heftig. Da gibt's eine Serie bei Netflix zu... The Good Doctor? Bitte? The Good Doctor, oder? Nee, 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 nee. Da geht's um Autisten, die daten. Ja, Love in the Spectrum. Ah, genau, Love in the Spectrum, ja. Das ist, also, falls sich da jemand mal für interessiert, äh, sie war, also die wurde auch abgesegnet von dem Personal, was seit Jahren da tätig ist. Das war schon sehr interessant. Ja, ja, es ist total spannend. Ähm, CER1 hat gerade noch geschrieben, unterstützt du, äh, persönlich das System mit FSJ-Zivildienstpflicht deutschlandweit und nicht freiwillig von einer Person, da das System, äh, entlasten würde, aber nur symptomatisch? Das ist immer so, wenn ich das so sagen darf, so ein netter Versuch von der Bundesregierung, irgendwas zu tun und vermeintlich dann zu tun und es dann auf irgendwen zu schieben, wenn sie das alle nicht wollen. Also, ich hab Zivildienstleistende noch mitbekommen, ich war mega dankbar, ähm, aber ich möchte niemanden, oder ich find's nicht gut, jemanden da rein zu zwingen und das verpflichtend zu machen, weil das junge Menschen sind, die gerade so, weiß ich nicht, ihre Ausbildung beginnen wollen, die ihr Leben gerade leben wollen und dann jetzt müssen die das da machen. Also, ich, Zwang find ich nie gut. Find ich nicht gut, wenn das heißt, du musst das jetzt tun und, nee, also ich unterstütze es auch deswegen nicht, weil ich gern was anderes von der Regierung haben möchte und nicht so ein, jetzt kriegt der Zivildienst, jetzt haltet mal die Klappe, ihr habt doch eh jetzt Hilfe bekommen, ne? Wenn er das so gemeint hat, wie ich das jetzt so verstanden habe, wegen, ja, nee, also sowas unterstütze ich nicht, weil es immer nur so ein, eben so ein Augenwischen ist, ja, ja, ihr kriegt jetzt Hilfe und war nischt. Nee, also ich würde sagen, nö, möchte ich nicht unter Zwang. Freiwillig gern kommt alle, aber nicht, weil ihr müsst. Mein Freund hat seit fünf Jahren Angststörungen und ich kenne ihn, warte mal, ich kenne und liebe ihn seit zwei Jahren. Ich unterstütze ihn, so gut es geht. Wäre es gut, wenn er sich eine psychosomatische Klinik gehen würde? Ähm, bestimmt. Also ich weiß ja nicht, woher er denn die Diagnose hat. Weil, hört sich jetzt wieder böse an, er muss es ja irgendwo diagnostiziert bekommen haben, dass er eine Angststörung hat, auch wenn natürlich die Symptome, wie du sagst, ich unterstelle ja niemandem was, auch so sein mögen. Aber wenn er sich bereit fühlt dazu, in eine Reha zu gehen oder in eine Klinik zu gehen, auf jeden Fall. Kann gut gehen, kann auch nicht so gut laufen. Ich kenne viele Leute, die in die psychosomatische Reha gegangen sind und danach extrem profitiert haben. Einfach, das Leben ist nicht schön mit einer Angststörung oder nicht so schön wie ein unbeschwertes Leben. Du bist ja ständig unter Strom. Du hast ja ständig überlauert die Angst und vermeintlich macht dir die alles kaputt. Und soll er machen, wenn er das gerne möchte oder wenn du ihn unterstützt dabei, dass er das tut und er überlegt, auf jeden Fall, wenn du sagst, er soll es tun, dann nicht, weil dann bringt es nichts. Das muss er selber wollen. Dann finde ich eine gute Idee. Klar, immer, Hilfe suchen ist immer gut. Jo. Dann sind keine Fragen mehr da. Dann darfst du dich jetzt gerne nochmal richtig schön auskotzen auf den Sonntag. Nee, hier ist kein Chat für mich zum Auskotzen. Ich finde es schön, dass ich die Möglichkeit hatte, mal so ein bisschen Einblick zu geben. Ich fand es auch schön, mal ein paar Fragen zu beantworten und eben mein Anliegen dazu bringen, dass es mir sehr wichtig ist, dass sich die Leute Hilfe suchen sollen, wenn es ihnen nicht gut geht. Und auch nicht verzweifeln, wenn die Therapieplätze, was ich scheiße finde, sehr lange auf sich warten lassen. Aber macht was. Leute, lasst euch helfen. Sprecht mit Freunden, wenn ihr merkt, einem geht es nicht gut oder ihr merkt, er verändert sich unbedingt. Helft ihm, nehmt den an die Hand. Jeder, der psychisch erkrankt ist, hat die Kraft nicht, sich oder meistens die Kraft nicht, sich alleine daraus zu ziehen. Der braucht jemanden, der ihm hilft und anfangs helfen Freunde und Familie bestimmt, aber irgendwann ist bei vielen der Punkt erreicht, wo du einfach nicht mehr weiterkommst und wo dir keiner mehr helfen kann, wo du auch nicht mehr willst, dass dir irgendeiner von der Familie hilft, weil du dich als Last fühlst, als schlecht. Daher immer, immer sucht euch die Hilfe. Es gibt im Internet so viele Foren auch, ja, ganz, ganz wichtig, auch wenn es Drogen sind, wenn es Alkohol ist, auch schämt euch nicht. Jeder Mensch ist, wie er ist und hat mal Phasen oder nimmt Dinge zu sich, die nicht gut für ihn sind. Und manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn es zu viel wird, dann muss man sich helfen lassen. Und auch ganz wichtig, ich habe halt auch leider viel mit Missbrauchsopfern zu tun, mit Patienten, mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Auch die sind die Letzten, die sich Hilfe suchen. Aber für die ist es wichtig, wenn ihr merkt, irgendwer bei euch im Freundesbekanntenkreis könnte sowas zum Opfer gefallen sein, sprecht mit dem. Nehmt den mit. Geh mir wohin. Weil keiner ist selber schuld an sowas. Es sind immer der andere. Und daher, go for it und nehmt es in Anspruch. Für das ist Deutschland Gott sei Dank. Auch wenn es vielen nicht gut läuft, es läuft. Und es gibt es die Möglichkeit daher. Immer dran denken. Ihr seid nie, nie alleine. Und ja, wenn ihr in Oberbayern seid, kommt zu mir. Ich freue mich. Auch wenn es euch nicht gut geht, ich versuche es wieder gerade zu biegen mit meinen Kollegen. Kriegen wir hin. Genau. Das wäre es schon gewesen. Ansonsten habe ich nichts, was ich noch loswerden möchte. Doch ein Danke an dich noch. Ich mag deinen Stream. Finde ich sehr, sehr lustig. Das hat hier in dem Format nichts zu suchen. Hier geht es um euch, nicht um mich. Ja, trotzdem. Du hast gesagt, ich darf alles sagen, was ich will. Okay. Ne, danke für die Möglichkeit. Das ist mir sehr wichtig. Finde ich ein tolles Format jetzt mit dem Job-Tag. Freut mich. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Dasein. Ich möchte nicht mehr dazu sagen. Deine Worte am Ende waren sehr schön und ich glaube, man muss da nichts zu sagen. Punkt. 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 Vielen Dank.